Findest du das gut, ey, dazu fällt mir gerade ein, findest du es gut, dass man Kommentare löschen kann bei YouTube? Weil entweder, entweder werden diese Videos nur vorgeschlagen Leuten, die halt wirklich Putin abgöttisch lieben, also so religiös fast, so er ist ein Gott, wirklich, also wirklich abgöttisch. Oder die anderen Kommentare, die negativ sind, werden halt einfach gelöscht, weil da ist kein einziger negativer Kommentar und ausschließlich richtig so Putin ist ein Man. Also, solange das kein Mobbing ist oder sowas, finde ich, sollte das nicht gelöscht werden. Warum? Das sind verschiedene Meinungen. Nein, du kannst es ja selber löschen, ich kann Kommentare löschen. Ja, ja, das ist nicht okay. Nein, das geht nicht, Digga. Wieder eine tolle Aufnahme, ich kann den löschen, ne? Ich weiß. Nee, das finde ich nicht okay. Ja. Was ich noch seltsamer finde, ist, wenn YouTube-Kanäle, besonders so zum Beispiel YouTube-Kanäle von Nachrichtensendern oder sowas, ihre Kommentarfunktion deaktivieren. Digga, das finde ich komisch. So, was soll das? Warum? Ist doch egal, hä? Weißt du, ist so... Aber ist irgendwie besser, als Kommentare löschen, weil dann hat zumindest... Da werden einfach keine Kommentare erlaubt. Ja, irgendwie schon. Andererseits ist es so, ey, ich will dazu... Ja, ich finde es einfach seltsam. Ja, okay, aber das finde ich eigentlich gar nicht... Ja, es ist interessant, aber das finde ich nicht unbedingt verwerflich irgendwie. Ich sage gar nicht, dass es schlecht ist. Aber einzelne Kommentare rauszuhauen? Vielleicht hat es auch einfach so seinen Zweck, weil man sagt, okay, ich will, dass es einfach nur... Ich will, dass es nur das Medium oder das Video an sich ist und ich will keine Beeinflussung durch irgendwelche Kommentare, ob positiv oder negativ. So, das kann ich irgendwie verstehen. Aber es ist trotzdem seltsam. Es ist trotzdem komisch. Das ist interessant, ja. Das ist interessant. Das ist sowieso krass. Das stimmt, darüber habe ich nie drüber nachgedacht, wie das allein schon so ein großer Unterschied ist zu, meinetwegen, Fernsehen, dass man jetzt halt bei YouTube dann Kommentare schreiben kann. Dass man gucken kann, ey, wie reagieren andere da drauf. Darüber habe ich eigentlich nie nachgedacht. Ich erwische mich manchmal selber, dass ich, bevor ich das Video geguckt habe, die Kommentare schaue und so gucke, okay, was meinen andere Leute dazu. Und wenn viele, das ist voll krass, was psychologisch da passiert. Und wenn viele Leute sind so, oh nee, das ist hier und da und da, dann hat man direkt, obwohl ich versuche, das zu unterdrücken, direkt einen anderen Blick auf das Video. Und ich merke das so richtig, was das mit mir macht. Das ist voll krass. Also wenn die Mehrheit der Kommentare in die eine Richtung geht, dann tendiere ich auch eher, in die Richtung zu gehen. Oder lustigerweise manchmal eine ganz andere. Aber einfach nur in die andere, weil ich einfach nur gegen den Strom gehen will. Das ist auch komisch. Das müsst ihr mir auch mal psychologisch erklären. So einfach nur, weil alle durch die Tür A gehen, will ich durch Tür B. Weißt du? So einfach nur, weil alle anderen durch die Tür A gehen. Ich überlege gerade, ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe nicht. Ich bin noch bei der Frage, ob ich, also ich überlege gerade noch, ob ich das gut finde oder schlecht, dass es jetzt halt Kommentare gibt. Also bei, also ob das besser oder schlechter ist als beim Fernsehen. Es ist auf jeden Fall erstmal anders. So, das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. Was natürlich cool ist, es können halt andere Sachen da auch verlinkt werden, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, die Studie stimmt nicht, kannst du andere Studien verlinken. Du hast halt einen Einfluss auf das Video. Du hast halt einen Einfluss auf das Video. Das ist ganz cool, ne? Andererseits ist es auch scheiße. So wie alles. So wie alles. Auch nur bedingt. Young, mein Freund. Dein Kommentar kann halt gelöscht werden. Dein Kommentar kann halt gelöscht werden, deswegen auch nur bedingt. Und außerdem wird dein Kommentar vielleicht nicht gesehen, weil wenn das ein Video ist von jemandem, der Fans in der Richtung hat, aber der halt trotzdem Müll redet, dann wird dein Kommentar halt einfach gar nicht geliked. Und andere Kommentare, wie zum Beispiel, ey, voll das kranke Video, danke, Bro, werden mies hochgeliked und dann werden nur noch die gesehen. Ich finde, ich finde, man sollte mindestens, wenn Kommentare gelöscht werden, dann sollte man zumindest sehen können, dass Kommentare gelöscht wurden. Das Kommentar, ja. Dann sollte irgendwie ganz oben vor den Kommentaren stehen, in diesem Kommentarbereich wurden Kommentare gelöscht. Oder irgendwie so. Ja, weil es gibt ja jetzt, oder sogar die Anzahl an gelöschten Kommentaren. Dann steht da edited. Dann weiß man, dass meinetwegen, wenn andere darauf geantwortet haben oder andere das geliked haben, dass es nicht unbedingt wegen diesem Kommentar, sondern dem ursprünglichen Kommentar vielleicht war. Was gut ist, weil zum Beispiel könnten ja auch, könntest du sehen, dass Leute was geliked haben, wo vielleicht was drinsteht, was du gar nicht willst. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kommentar like, der schreibt, ich liebe dieses Video und der Editor endet das am Ende irgendwie zu irgendwas so, ich unterstütze Nazis. Ja. Lustig, dass wir genau dasselbe gedacht haben. So, dann will ich das nicht geliked haben, weißt du? Auf gar keinen Fall. Das ist cool, ja. Und ich finde, es sollte sogar eventuell einen Grund, du müsstest eigentlich als Creator einen eventuellen Grund angeben, warum du den Kommentar löscht. Und das müsste man irgendwie kontrollieren. Das wäre sogar auch ganz cool. Weil dann siehst du, es können ja sogar Billo, es können ja sogar Billo-Begründungen sein. Man kann. Aber als, nee, aber so auch, dass die Leute das sehen. Aus welchem Grund? Weißt du? Ach so. Hier wurden zum Beispiel 56 Kommentare gelöscht wegen Sprache und es wurden 100 Kommentare gelöscht wegen dem. Drei wegen Spam. Genau. Und dann kannst du und ich glaube, die Leute checken, nein, ich glaube, die Leute checken dann auch schnell, was wirklich dann echt ist und was nicht. Sowas kommt auch schnell oft raus. Weißt du, was wirklich legit ist und was nicht, dass das entwickelt sich. Das ist natürlich dann irgendwann drin, warum er jetzt das gelöscht hat. Ja. Also, ich finde es, ich finde es glaube ich nicht gut, dass sie gelöscht werden können, einfach so vom Creator. Das ist seltsam, aber wenn, dann müsste es da stehen. Genauso bei Instagram. Digga, da sollte stehen, wenn eine Seite 200 Kommentare gelöscht haben, wo einfach steht so, nee, finde ich nicht gut, finde ich nicht gut, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, ich habe dir darauf geguckt. dann können die so ein einseitiges Bild vermitteln, sodass du dir manchmal denkst, hä, warte mal, ich bin da gar nicht dafür, aber alle sind dafür, so, hä, wie kann das sein? Ja. So, weißt du, das muss ja vielleicht doch richtig sein. Dann haben die so eine Macht durch dieses Kommentare löschen, dass das gruselig ist. Und ich habe das wirklich manchmal bemerkt, bei manchen Seiten, bei manchen Seiten bin ich manchmal in die Kommentare gegangen und da waren dann noch Sachen, zum Beispiel so, stand der und der Kommentar und dann bin ich irgendwie zwei Tage später da wieder drauf gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass das voll einseitig ist und die waren weg. Und das waren irgendwie nur 15 Kommentare oder sowas und dadurch konnte man halt sehen, dass die weg sind. Nicht jetzt irgendwie, weil die dauernd aktualisiert sind, weil das mehrere tausend sind. Und das ist dann ehrlich ein bisschen so, und besonders wenn es dann in so politische Richtung geht und so, das ist, das ist sehr, 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 sehr gruselig.